Servus, ich bin der Stefan Nützel. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einem weiteren Film hier in meinem Kanal. Im heutigen Film geht es in die Albertina. Und dort schauen wir uns in Dürer an. Alberto Durero, wie wir in Spanien sagen würden. Die Albertina startet mit einer sehr ambitionierten Ausstellung in die Herbstsaison und hat natürlich nichts anderes oder nichts Geringeres zu bieten als den Albrecht Dürer. In der Albertina-Sammlung befinden sich sowieso schon 140 Werke, was eine immense Anzahl ist und natürlich die Albertina zu einem der Haupthäuser macht, was Albrecht Dürer angeht. Inklusive natürlich der Hauptwerke, die ihr dann auch später sehen werdet. Und ich nehme euch jetzt mit in die Ausstellung. Oberlin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020